Müll, Müll, noch mehr Müll, ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Paris, Stadt der Liebe, Romantik und Träume, sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Deponia, ach, Entschuldigung. Wow, war von mir zu, der Directors kommt. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Dann nehmen sie. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chondelle Werte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbertscharm, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Beiliegend finden sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Lüten. Wir dürfen die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was? Monsieur Cajon. Was? Na super gemacht. Oh Mann. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Nicht Epicen. Nein. Ich muss die Polizei rufen.